Ja, hallo zusammen, hier ist der Christoph. Es gibt wieder eine neue Folge des CT-Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mit einem sehr, 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 sehr krassen Hinweis. Ich habe den selber am Wochenende von der Sabine bekommen. Nochmal großen Dank dafür. Habe es jetzt zwei Tage drauf, auch beim Olaf in dem Video gesehen. Ja, Schande auf mein Haupt, dass ich selbst das noch nicht herausgefunden habe oder das einfach noch nicht gecheckt habe. Ich habe es auch nachkontrolliert. Es geht auch in älteren Versionen. Also du brauchst nicht, wie hier oben steht, die CC 2017 Version. Worum geht es? Freistellen. Freistellen ist ja seit längerem ein Thema, beziehungsweise ist eigentlich schon immer ein Thema, seit es Photoshop gibt. Und gerade hier, wenn man da so, na, warum zoomst du nicht? Zoom doch mal da mal rein jetzt. Ich habe wieder Calvins Maus erwischt. Okay, dann machen wir es auf den alten Weg. Shortcut Z, wie zoomen, dann funktioniert das Ganze auch. So, also gerade wenn man hier so Härchen hat, so gekräuseltes Zeugs und so weiter, war das ja nicht immer ganz so einfach. Vor einiger Zeit kam ja dann hier dieses Auswählen und Maskieren dazu. Und mit diesem Tool kommen viele halt nicht so wirklich zurecht. Ich kenne die Funktionsweise, ich weiß, wie es funktioniert, bilde mir aber trotzdem ein, dass ich mit der alten Methode einfach besser gefahren bin. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur damit wohler gefühlt. Auf jeden Fall habe ich der sehr lange nachgetrauert. So, ich möchte mir jetzt gar kein Urteil drüber machen oder möchte jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das geht jetzt an alle, die sagen, hey, ich hätte auch gern den alten Maske-Verbessern-Dialog wieder. Und den gibt es, ja, richtig gehört, den gibt es noch, allerdings enorm versteckt. Wie funktioniert das Ganze? Ich muss wie früher auch hier Schnellauswahlwerkzeug mal jetzt genommen hier eine Auswahl machen. Ich mache jetzt einfach bloß so ein kleines Eck hier, ja, das langt, um das zu zeigen. Und jetzt musst du wirklich nur auf Auswahl hier oben gehen. Wichtig, dass du es über das Menü hier machst und jetzt die Shift-Taste gedrückt halten. Also die Shift-Taste ist dieser Pfeil nach oben, ja. Shift-Taste gedrückt halten und dann auswählen und maskieren. Und flop, siehe da, du bist im alten Kante-Verbessern-Dialog. Und wie geil ist das denn? Du hast die ganzen Regler wieder, es funktioniert alles wie gewohnt. Also falls du dich daran schon gewöhnt hast, falls du auch mit dem Modul hier gute Ergebnisse erzielt hast. Ja, jetzt ist es wieder da. Also jetzt kannst du hier auch direkt wieder mit dem Stift drüber binseln. Ich weiß, das geht im neuen Modul auch. Aber wie gesagt, ich fühle mich hier im alten einfach wohler und habe ein bisschen den Eindruck, was ich natürlich nicht beweisen kann oder was. Aber für mich bringt es irgendwie bessere Ergebnisse, schon alleine wegen dem Gefühl. So, ein Kontrast bisschen hoch, dann kriegst du auch die Härchen hier scharf und das ganze Graue hier weg. Ein bisschen mehr noch. Wunderbar. Das Tolle ist, auch hier gibt es noch diesen Farbe-Dekontaminieren-Regler. Ja, den Haken gibt es in neuen auch, aber ich kann ihn nicht mehr in der Stärke verstellen. Und das war halt hier auch immer ganz toll, weil ich da nochmal hier auf die Farbe im Übergang eingehen konnte. So, das war es auch. Wie gesagt, es ist Geschmackssache. Wem das besser gefällt, wem das besser gefällt. Ich war einfach mega happy, dass es den hier, ich schüttel ihn nochmal durch, weil ich mich so freue, dass es diesen Kante-Verbessern-Dialog immer noch gibt. Wie gesagt, mit der Shift-Taste hier oben auf die Auswahl- und Maskieren-Funktion. Klicken und dann kommt der. Also, richtig, richtig cool. Da freue ich mich. Das war es auch schon mit dem Tipp heute. Denke, da habe ich ganz, ganz vielen Weiterkursen. Kommentiert doch gerne mal, wer das auch noch nicht wusste. Oder kommentiert, wer es wusste und wer es mir dann nicht gesagt hat. Richtig frech. Ne, aber schreibt gerne mal rein. Ich bin mir sicher, das hatten viele nicht mehr auf dem Schirm, dass es geht. Ich würde mich freuen. Genauso natürlich wie immer über Abonnements des Kanals, über Empfehlungen und so weiter. Alright. Das war es für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch, 17 Uhr wieder. Danke dir fürs Einschalten. Viel Spaß bei, was immer du gerade magst. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.